Hallo, hier ist Dina. Wir gehen heute mal GoJump auschecken. Und nein, wir sind noch nicht zurück in Berlin. Aber da Takeoff leider keine Dropzone hier in Oceanside oder irgendwo in der Westküste eröffnet hat, müssen wir mal die Konkurrenz austechen. Wir haben jetzt unsere Einweisungen bekommen. Da steht das Flugzeug bereit, eine Pack. Und gleich geht's in die Luft. Ja, momentan kann man nur am Wochenende springen, also Freitag bis Sonntag. Ist aber echt viel los. Und ja, man geht auf 4000 Meter für nur 20 Dollar. Ich such den Weg ab nach Zeichen, die mir eine Richtung weisen. Oh, ich bleib mir selbst so unbekannt, mir selbst so unbekannt. Ich bin traveling, ich bin traveling all die Zeit. Ich bin traveling all die Zeit. Ich bin traveling all die Zeit. Flooddumpf hat den Sprungplatz erst im Oktober übernommen hier. Und höchstwahrscheinlich wird er noch deutlich größer. Noch ist er recht klein, aber total nett. Ganz nette Atmosphäre, ganz nette Leute. Da die Landewiese und der Park- und Boarding-Bereich, sage ich mal, und das Manifest, durch die Runway getrennt sind und das hier ein ganz normaler Verkehrsflughafen ist, wird man von so einem Bus abgeholt, wenn man nicht über die Landebahn laufen darf. Also wir sehen uns dann wieder bei Take-Off Hawaii. Schön wär's. Vielleicht bei der nächsten Reise, ne? Jo, wir sehen uns wahrscheinlich wieder in Mexiko. Bis dahin, los guys! War noch was?